Ich versuche jetzt, durch den Schacht zu klettern. Das geht doch keinem Fahrrad. Ich würfel jetzt. Das geht nicht. Ich hab das schon geguckt und das geht nicht. Ja, ist mir egal. Du bist ein Gaukel, du kannst das nicht. Das geht nicht. Das ist so ein Pfosten, ich weiß nicht, was der will. Das muss ich aber sagen. Jetzt muss ich aber sagen. Ich will das auch probieren. Das fehlt nicht. Du bist ja von überzeugt, dass das nicht geht. Kann man das theoretisch probieren? Ja, nein. Vielleicht hab ich mich ja beim ersten Mal umgeschickt eingestellt. 20! So eine Huren-Scheiße! Das ist so geil! Boah, das war so knapp. Nachdem du jetzt gesehen hast, dass es sehr schwer ist und er es nicht geschafft hat, zweimal nicht geschafft hat, bist du mehr denn je davon überzeugt. Das ist unmöglich. Alles klar. Äh, ist das ein Volledieb. Und zwar würde ich es ja nie im Leben tun. Jungs, die Frage ist trotzdem, warten die an der Gabelung oder nicht? Nein, die warten gar nicht. Dann gehst du vor? Ja. Wenn du davon überzeugt wirst? Was würdest du machen? Ich liebe! Bist du dir sicher? So ganz alleine kriegst du das jetzt auf Anhieb noch nicht. Aber ich bin ganz alleine. Hm, vielleicht. Ich frag den Zwerg, der da tot rumbleibt. Ja, dann ja ich werde das Meinникиum durch den Zwerg des Zwergs hieß Vielen Dank.